Herzlich Willkommen bei S21-Bau-TV. Jetzt wieder ein Blick auf die Stadtbahnbaustelle und das haben wir schon mal besprochen, Abstellgleis und weil die Fragen aufkamen wegen der Höhe, das sieht zwar ein bisschen klein aus von hier oben, aber ich glaube der Hubsteiger zeigt, wie hoch das ist und vor allen Dingen, das war ja schon mal der Stadtbahntunnel, der ist ja nicht kleiner geworden. Dann wird in Zukunft die Stadtbahn auch wieder reinpassen. Jetzt noch ein Blick auf die andere Seite, da wird fleißig an der Bodenplatte für die Richtung zum Hauptbahnhof gearbeitet. Sieht fast vollständig aus oder auch ganz vollständig. Es wird jetzt an der kleinen Seitenwand, an dem Steg armiert. Deswegen denke ich, unten die Bodenplatte ist fertig. Ich zoome mal ein bisschen rein. Also, diese Aufkantung wird jetzt vorbereitet. Dann braucht es nur noch die Schalung. Und dann kann betoniert werden. Hier der nächste Seitenwandabschnitt. Sieht auch aus, als wäre der fertig mit Bewährungsstahl bestückt. Also Schalung ran und betonieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.